Hallo! Wie ihr seht, ist etwas Schreckliches passiert. Anscheinend kommt bald das ultimative Zombie-Apokalypse. Ich musste mich jahrelang darauf vorbereiten. Und ich musste den Zaung leiser stellen, weil man... Weil man mich da nicht gehört. Jetzt geht es wieder. Nein, 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 ich habe vergessen den Zaung leiser zu stellen. Fertig. Nur bewaffnet mit einer Faust. Mit einer blauen Faust. Machte er sich auf den Weg. Der dummer Vollidiot, der glaubte, die ganzen Zombies alleine besiegen zu können. Ich meine, wer ist so doof? Papa, 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 Papa. Da, 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 da. Ta, 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 da, da. Wir müssen... ... es schaffen. Wir müssen immer nicht aus dieser Drecksscheiße raus. Wenn der wird langweilig. Na... Tötet die Zombies. Oh, halt den Zombie. Ich töte dich. Aaaaaaaah. und übrigens hier sind meine mitstreiter hier ist er mein getreuer Freund der bekloppte Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Wollt ihr die Tür aufmachen? Wir haben es geschafft aber es war ein schweres Opfer mein bekloppte Freund ist gestorben aufgelegt mein Freund war Ich werde ich werde Ich werde für jeden was wird су-kur-reure hier hier oh, lebt Ohl, lebt Ohl, lebt Ohl, lebt wo wo her er 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 ja wir haben wir haben es ist so oder war scheiße ich konnte das nur dass sie du vor die jute kommen jetzt mal bitte Kondo Trottel G Ich dachte, der Golem wäre das Freund des Menschen. Anteilt ist die Zombie-Apokalypse überstanden, oder? Oh nein, was ist passiert? Wird so, es ist plötzlich Nacht. Ich kann das nur sagen, warum ist das... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Woher kommen die ganzen Zombies? Wollen die uns alle essen, oder was? Haben die nicht genug zu essen? Komm, beschütz mich, beschütz mich. Beschütz mich. Komm, 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 komm. Guck mal hier, hier das schöne Zombie. Ja. Super Punch! Aua. Aua, das hat weh. Ich konnte es schaffen, aber dort ist noch ein Zombie. voll ins Gesicht geboxt. Wir müssen das verrottete Fleisch essen, um zu überleben. Anders haben wir... Wir haben keine andere Wahl. Besser gesagt, ich habe keine andere Wahl, denn der Golem ist ein Vollidiot. Ich kann mich so schlecht bewegen, was ist mit mir los? Okay. Vielleicht habe ich die Zombies gewissen, oder sowas. Wieso bin ich so langsam? Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Hier, hier ist sicher, sicher, oder? Oder? Es tut ihr leid, Feld. Eschupt. Doth. Pfff. Pfff.